So, Smarty Cacta. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte von dem See umrundet. Wir werden auch, da könnt ihr euch darauf freuen, im vierten Teil gucken, ob die Schweine vielleicht trotz des Wassers ein bisschen reingehen, werden wir ja sehen. Ich will nicht, dass die Unpad frisst hier. Hast du uns was zu erzählen? Nee, ich will nur weiter. Und weiter, komm! Nein, ich muss auch passen, dass hier keinen Blödsinn machen. Komm! Und weiter, komm! So, ihr seht es vielleicht, wir haben auf der Strecke jetzt verschiedenste Untergründe gehabt. Erst einen Weg, dann teilweise nur Wiese, jetzt gerade so einen Waldboden-Mischmasch. Und das ist für die Gelenke immer ein bisschen abwechslungsreich und damit auch nicht schlecht. Allemal besser als Beton oder Kies. Gut, ich mach wieder aus, wir sehen uns dann vorne am Wasser zum vierten Teil.